Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu World of Warcraft Legend. Wir befinden uns hier in den Todesminen. Die sind alle Level bereits 15. Die Todesminen befinden sich hier im Westfall. Ja, gesagt, hier ganz unten. Und wir wollen Transmog farmen. Hier gibt es Transmog im Wert von 35.000 Gold und aufwärts. Die sind alle, wie gesagt, Level 15. Von daher rennen wir hier locker flock ich einfach mal durch. Pullen einfach alles. Ich mach das hier gerade mit meinem Hexenmeister. Von daher können wir schön durchrennen. Mal schauen, was am Ende der Runde so bei rauskommt. Ich hoffe, wir kommen mit gutem Taschengeld wieder raus. Ihr könnt die Instanz insgesamt zehnmal machen. Zehn bis zwölfmal bin mir da nicht sicher. Danach müsst ihr erstmal eine halbe Stunde bis Stunde warten, bis ihr wieder von vorne loslegen könnt. Hier befinden wir uns auch schon beim ersten Boss. Den haben wir weg. So. So, dann geht's auch weiter. Hier wieder gleiches Spiel. Okay, die Affen können wir eigentlich stehen lassen. Ja. Hier haben wir auch noch eine Schatzuhr, die wir gleich mitnehmen können. Wie ihr seht, sehr viel Transmog tropiert. Die Kiste befindet sich auch gut was. Ob die überhaupt nix? Ne. Okay, also die Affen sind generell unrelevant. So, gibt's hier noch was? Nein, natürlich noch. Dann laufen wir auch mal weiter. So, dann kommen wir auch gleich schon zum zweiten Boss. Als kleiner Tipp, ich kann euch echt nur raten, hier alles mitzunehmen. Gut, zweiter Boss ist auch down, dann gehen wir mal weiter. Hier würde ich nicht so weit laufen, weil das so ist, sonst rennen die alle wieder zurück. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, das ist doch gut. So. 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 hier kommt ihr eigentlich runterjumpen nur dass du mein Ernst, ihr müsst hier vorher jeden Roboter gekillt haben aktiviert sich der Boss nicht und hier kommt auch nicht weiter und daher machen wir das nochmal so, jetzt müsste der Kollege sich hier aktivieren das ist ja auch schon dran und weiter können wir ja natürlich wieder alles mitnehmen warte, hier vorne finden wir noch eine Schatztuhe ach so, das sind den Kampf, können wir noch nicht öffnen dann kann es ja weitergehen ja, um die Türe aufzubekommen müsst ihr einfach hier die Kanone benutzen als kleiner Typ, wenn ihr hier die Papageien killt könnten die vielleicht auch ein Haustier droppen wenn ihr Glück habt aber ich glaube das ist nicht so teuer so ca. 30, 45 Gold im Aktionshaus von daher lasse ich die meistens eigentlich aus statt jetzt direkt rechts lang zu laufen laufen wir erstmal hier links hin nehmen die ganzen Piraten hier mit da die auch blaue Items droppen können die wir auch richtig teuer im Aktionshaus verschärben ok, ein Sohn Siebel ist sogar gedroppt, das ist schonmal super ähm könnten wir eigentlich aufmauern und jetzt laufen wir hier einfach rechts rum dann sind wir hier dann habe ich einen Spider Siebel ist gedruckt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020